Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Etwas vom Beste gegen den Durst ist halt immer noch ein Glas Mineralwasser. Mineralwasser führt dem Körper eben nicht nur Flüssigkeit zu, sondern es versorgt dann auch mit wertvollen Salz und Mineralien. Go platzt Mineralwasser bei bekannten und renommierten Quellen in verschiedenen Regionen der Schweiz abfüllen. Eine dieser Quellen ist in Wiesenburg-Berg im Simmental. Dank der stark mineralisierenden Gesteinschichten sprudelt das Wasser hier johin in einer ausgezeichneten Qualität aus dem Boden. 200 Meter tief im Abgrund ruscht der Bunschenbach. Dort unten ist der Eingang zur Quelle. Im Berg wird das glasklare, erdig frische Mineralwasser aufgefangen und gefasst. Auf dieser leistungsfähigen Anlage im Tal unten wird das Mineralwasser anschliessend in Mehrwegflaschen abgefüllt und mit dieser vertrauten Goop-Etikette versehen. Und so finden Sie es dann in Ihrem Goop-Laden. Und Sie können sicher sein, es ist von einer Quelle, die einen namhaften und anerkannten Namen hat. Zur Zeit ist das Goop Mineralwasser, das Pepsi-Cola und auch die beliebten Goop-Getränke mit Fruchtsaft übrigens zu Aktionspreisen erhältlich. Und jetzt habe ich noch ein paar weitere aktuelle Angebote. Je wärmer das es wird, umso lieber trägt man sie. Die T-Shirts. Goop offeriert Ihnen die verschiedensten Modelle in fröhlichen Farben für die ganze Familie besonders günstig. Und auch an das Dussensitze kann man jetzt wieder denken, Campingmöbel und Gartenmöbel, die es dafür braucht, gibt es bei Goop jetzt besonders günstig. Die beliebten Goop-Trinkjoghurt gibt es jetzt in einer Zusammensetzung, die noch linienfreundlicher ist. Sie heissen Trinkjoghurt Diät Mager und man kann wählen unter den fruchtigen, geschmacksrichtigen Exotik und Himbeer. Und jetzt zeigen wir Ihnen, wie jede Woche das Goop-Rezept, wir schalten um in die Studienküche. Aus Erdbeeren und Glacé hat es schon immer feine Dessert gegeben. Und ich zeige Ihnen heute wieder ein anderes. Pro Person ein Makrönchen verbröckeln, mit Kirsch beträufeln und dann ein bisschen locien. Den gewaschenen Erdbeeren zupfen und schiebeln. Mit Zitronensaft beträufeln und Zucker drüber streuen und auch locien. Und dann die Glacé in Portionen schneiden und in schöne Goube anrichten. Makrönchen drüber streuen und Erdbeeren drauf verteilen. Zum Schluss mit Schlagrahm garnieren. Das genaue Rezept von dieser Erdbeeren-Goube können Sie in der Koop-Zeitung dieser Woche nachlesen. Und ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen. Übrigens, das Rezept können Sie morgen den ganzen Tag auf Teletext abrufen. Und zwar auf der Seite 270. So viele Leute aus dem Mittwochstudium bedanken, dass Sie für uns Zicken haben und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Achtet Sie jetzt noch auf das Goop-Angebot zum Sparen. Es sind alles Sachen, die Sie gut brauchen können. Zum Anfangen die aktuellen Preisschlager. Bei Goop gibt es jetzt den Isolierkrug für nur 15 Franken. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Goop. Zwei Beutel sofortlöslicher Goop 1 Tee steht 1,60 für nur 1,20. Knorrstocki dreimal drei Portionen steht 3,95 nur 3,20. Arni Nussstängeli steht 2,50 für nur 2 Franken. Arni Btiboeur au Chocolat steht 2 Franken nur 1,50. Wernli Jura Waffle steht 3,20 nur 2,60. Kambli Schokamur steht 3,10 nur 2,40. Zweimal 80 Gramm französischer Kräuterfrischkäse Tartar steht 3,90 nur 3,20. Auf Wiedersehen! Danke! Untertitelung des ZDF, 2020